Um mit dem Scharfschützen von Level 6 auf Level 7 zu kommen, müssen wir 40 Gegner töten, 10 Gegner töten, während wir den Atem anhalten, 4 Gegner töten ohne die Waffe nachzuladen oder zu wechseln und 1 Gegner ohne, äh nein, 1x 5 Gegner ohne entdeckt zu werden. Die 4 Gegner ohne nachzuladen oder Waffe zu wechseln müssen wir 2x machen und, äh ja, 10 Gegner, während wir den Atem anhalten. Natürlich alles mit Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr. Wir befinden uns jetzt hier am Hafen von Maunganui, das ist, äh, hier ins Maklakovs, ich sage, relativ zentral in der zentral-nordischen Kiste oder so, keine Ahnung, jeden Fall knapp, beinahe wäre es daneben gewesen. Wir haben auf jeden Fall einen Gegner ohne entdeckt zu werden, aber wir müssen 5 Gegner ohne entdeckt zu werden töten. Müsste eigentlich gleich einer um die Ecke kommen. Ach, müsste ich ja doch gerade noch können den Atem anhalten, ne? Shit, wie ist denn der Bullet Drop hier? Ich habe keine Ahnung. Die wissen ganz genau, dass wir hier sind. Zählt das jetzt noch, als nicht entdeckt werden, oder? Eigentlich eher nicht, ne? Jetzt hier alle in Aufruhr? Jawohl, sind sie. Ich treffe aber auch keinen auf die Distanz. Ich habe keine Ahnung, wie weit das weg ist überhaupt. Ich habe ihn getroffen? Der Wahnsinn. Sind die anderen alle hin? Kommen die jetzt alle angefahren, oder was? Oder was? Hm. Wenn wir nochmal neu starten sollten. Hier hat keine... Keine... Ja, dann guck mal. Oh shit. Hallo? Okay, wir wurden definitiv entdeckt. Bin ich verletzt? Nee, ne? Nee. Nur ein bisschen. Noch nicht mal das. Okay, cool. Willst du mich platt machen? Gut. Jo, wie viel haben wir? Drei. Toll, das bringt hier nichts mehr. Ich denke, wir gehen darüber. Oder? Wäre eine Idee, ne? Müssten wir eigentlich schaffen. Da unten habe ich... Ja. Habe ich es versaut? Aber nur, da kommt jetzt nicht ein neuer Heli oder so, der direkt weiß, wo wir sind. Ich glaube, da oben auf dem Berg steht doch noch irgendwo ein Scharfschützer, oder? Oder war das nur bei einer Mission? Ich weiß es nie. Au. Das war mein Gesicht. Hallo, Wildschweiten. Da ist auf jeden Fall einer. Zack. Gutes Ding, Ghostlied. Eins. Was? Oh, shit. Magazin war leer. Guck mal, noch einer? Nee, nee. Guck mal, die wissen, dass wir da sind, aber nicht wo. Mensch, guck doch noch mal raus. Na, wie ich, nee, ne? Die wissen nicht, wo wir sind, auf jeden Fall. Keinen Schuss mehr verfehlen, denn in diesem... Diese Waffe hat nur fünf Schüsse im Magazin. Und vier Gegner brauchen wir, ohne Waffe zu wechseln oder nachzuladen. Gehen. Weiter suchen sie, die finden wir schon. Was ist hier? Scheiße. Das ist kein Zeichen. Geht so. Nein. Nun. Soviel zu nicht entdeckt werden. Wo steht der? Ich seh den. Ach, da. Verdammt. Und ich bin verwundet. Einmal verarzten. Gut. Nochmal hier. Nachladen. Haben wir. Alles klar. Von wegen, die wissen nicht, dass wir noch hier sind. Die Musik sagt was anderes. Jo, genau. Ah, jo, genau. Genau, ich bin nochmal weg. Tschüss hier. Komm, Frohne unterwegs. Und Frohne macht vielleicht den Unterschied. Tschüss hier. Na gut. 40 Gegner brauchen wir ja eh. Ich bin verwundet. Oh shit. Die Musik sagt was. Oh shit. Oh shit. Nochmal. Oh shit. Oh shit. Baut path auf thing. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. versetzt irgendwie scheinbar jetzt ist der letzte ist das überhaupt der letzte ich habe ihn gesehen da ist er erwischt noch verwundet das läuft irgendwie nicht so gut aber 30 gegner müssen wir sowieso noch uppsala hallo noch einer zwei helfer und blätterte ich habe gar nicht die lehrtaste gedrückt da aus alles still ja gut dann laden wir nochmal nach ich fahre jetzt mal nochmal runter zum hafen kommt die sich hinbeam ich habe keine lust zu warten ich fahre runter hoch zum hafen quasi weil es geht gar nicht doch vielleicht keine ahnung sehen wir gleich haben wir die gegner mit atem anhalten schon alle scharfschütze respawn ja gut dann hat sich hier alles gesettet keine die entdecken mich nicht wenn die da vorbeifahren das wäre doof bitte entdeckt mich nicht reingehabt aber da noch ein problem so wie viel gegner brauchen wir noch mit atem anhalten 3 wir hätten schon wieder eine patrouille ach du shit was ist mit dem auto da hinten auf sich ach guck mal da hinten ist noch ja der na das ist mir zu gefährlich hier ach aber hier immer mitten rein sooo dann haben wir fünf gegner ohne entdeckt zu werden wie gehe ich denn nein keine ahnung hinter was der steht aber ich habe ja auch einfach den bunten tropf falsch eingeschätzt gut die fünf gegner ohne entdeckt zu werden haben wir ja schon brauche ich ja nicht mehr darauf unbedingt zu achten einmal vier gegner ohne nachzuladen oder die waffe zu wechseln da haben wir die gegner mit atem anhalten zwei gegner haben wir getötet mit drei gegner vier gegner nice so jetzt müssen wir nur noch 20 gegner einfach irgendwie töten und dann haben wir es schön ist es auf der welt zu sein warum ging der denn daneben packt die biene zu dem stachel schwein du und ich weiter kann ich es nicht schön ich stehe auf der welt schön man kommt der ab ähm absolut phänomenal sooo da rennt der nächste und der übernächste oh den hab ich nicht getroffen jetzt aber was geht denn jetzt ab na gut ich bin ein bisschen näher dran als eben ne am anfang da rennt auch noch einer rum wo rennt der denn hin ach guck mal ein scharfschütze da hinten noch irgendwo ein scharfschütze vielleicht ich sehe mal keinen so auf anhieb da rennt jemand geht in deckung hinter einer nicht deckung noch zehn gegner dann haben wir es geil rektur neun gegner keine ahnung wo da noch gegner sind ich ziehe einfach mal wieder weiter wieder zu dem ding wo wir eben waren für die letzten neun gegner da steig halt ein man jetzt mal noch die reise nach jerusalem spielen hier der andere der hier war der hat kein lust mehr gehabt ne hallo ist es mir you're looking for jetzt wer auf einmal erledigen geht ja gar nicht schade man kann nicht durchschießen selbst mit panzerbrechendem schuss nicht so fünf sind wir glatt noch ein paar patrouillen oder so nö warten wir mal nach wenn jeder schuss sitzt reicht ein magazin genau aus kommt durch halt her habe keine lust zu haben wieder mal die gegner hier müssten ja eigentlich auch respawn sein ja sind sie da oben sehe ich den scharfschützen eins eins zwei drei und wir haben gesellschaft ist der open gleich bestimmt voll in die arme Ist der? Denk an die Stütze mit dem Pokometer für ein ausführliches Protokoll Ach da Ja Und die letzte Zahl heißt Steht er da? Ne, ist nur ne Leiter Ja sag mal Gegner doch nicht alle respawnt Wo sind da aber noch Gegner? Ich sehe das an Nomads Körperhaltung Da Oder auch nicht Hm Nun Letzte Zahl heißt 5 Wäre zu schön gewesen Aber Eben zurück zur Straße Gibt's doch nicht Keine Art Kein Gegner mehr hier Tja Dann Das ist doof jetzt ne Müssen wir uns den letzten Gegner denken Weit und breit keine mehr da Ich mach mal ein bisschen auf mich aufmerksam Oder war beider ist ein Fass Könnte ja das erledigen Schreit auch niemand darum Hm Irgendwo ist in der Wildnis Eben Hab ich noch gehört Ne Motorradpatrouille gespawnt Dann gibt es immer dieses Moped Geräusch Aber frag mich mal wo Gibt's doch nicht Nicht mal Verkehr Aber müssen wir jetzt echt den letzten Gegner suchen gehen Da Höre Wulschpatrouille Irgendwo Da Letzte Zahl heißt 5 Und damit sind wir auf Stufe 7 Nice Was für ein Drama Das war's 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 Das war's